Die Green Tech Awards 2015 sind dank über 250 Bewerbungen, davon 30% international, 50 prominenten Botschaftern, 120 Partnern, 45 Medienpartnern, über 1000 Gästen und einer Jury von mehr als 60 Juroren. Also auch dank ihnen Europas größter Umweltpreis. Als wir die Green Tech Awards gegründet haben, saßen wir ganz oft bei verschiedenen Marketingleuten und die Frage war immer, was ist eure Zielgruppe? Und die Antwort war relativ klar, Zielgruppe ist Wissenschaft, Wirtschaft, etwas Politik und Promis. Und daraufhin war die Antwort der Marketingleute eigentlich auch immer klar, das funktioniert nie im Leben. Ja, ich kann sagen, es funktioniert doch, die Zielgruppe sitzt direkt vor mir. Wir bei Berlin Partner sind stolz darauf, dass sich aus Berlin heraus die Green Tech Awards sich zum europäisch größten Umweltpreis entwickelt haben. Und heute werden wir oft gefragt, wo soll die Reise hingehen? Die Antwort liegt auf der Hand. Wir wollen ja weltweit bedeutendster Umweltpreis werden. Herzlich willkommen zu den Green Tech Awards 2015. Untertitelung des ZDF für funk, 2017